Hallo meine Lieben, heute wieder ein Outfit of the Day von mir und zwar scheint draußen so bombastisch die Sonne. Ich glaube wir haben um die 20 Grad und ich komme gerade frisch aus der Dusche, deswegen sind meine Haare noch nass. Ich hoffe es stört euch nicht. Auf jeden Fall kommen wir heute zum Outfit. Ich habe mich heute für ein sehr sommerliches Outfit entschieden. Ich werde glaube ich noch eine Jacke drüber ziehen, weil ich weiß nicht wie der Wind draußen ist, weil ich noch nicht draußen war, außer auf dem Balkon. Und ja, ich zeige euch mal. Schnell mein Outfit, fangen wir oben an. Ich habe so ein Spitzenoberteil an. Das ist von H&M. Drunter trage ich einfach nur ein trägerloses Top, damit man nicht sieht, weil das Spitzenoberteil so leicht, ja, durchsichtig ist. Dann trage ich ein Rock und zwar sieht der so aus. Ich hätte gerne so einen ganz langen Rock, so einen Bleistiftrock. Also naja, ist eigentlich kein Bleistiftrock mehr. Einfach so ein long skirt, also wo alles verdeckt ist und es bis hier geht. Ich bin noch auf der Suche danach und dann habe ich noch meine süßen Schuhchen an. Da haben mich viele gefragt, woher die sind. Ich habe euch auf meinem Blog ein paar Links dazu verlinkt. Die sind so süß und ja. Oben trage ich einfach eine Sonnenbrille und die könnt ihr bei Zalano bestellen. Und das war dann auch schon mein Outfit. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Die Sonne ist so bombastisch draußen. Ich freue mich jetzt rauszugehen und dann sage ich bis zum nächsten Outfit. Tschüss! Auch heute gibt es wieder ein Outfit of the Day von mir. Diesmal sehr, sehr schlicht, wie ich finde. Fangen wir oben an. Ich trage eine Kette, die ist von Primark. Die finde ich so hübsch. Passt auch zu fast jedem Outfit. Dann trage ich ein ärmelloses T-Shirt, was ich auch schon länger habe. Und ich liebe dieses Oberteil. Das war mal von Urban Outfitters und hat 20 Euro gekostet. Das hat hier so Punkte und hinten hat es noch so eine Aufschrift. Und ja, drüber trage ich einfach so eine Jeansjacke, weil es draußen doch etwas frischer ist. Und ja, dazu einfach eine Leggings, weil dieses Oberteil über den Po geht, wie ihr sehen könnt. Und an den Füßen trage ich meine geliebten Sandaletten oder was auch immer. Und die müsstet ihr eigentlich schon kennen, wer mir auf Instagram folgt. Und als Tasche, ja, trage ich meine Primark-Tasche. Die müsstet ihr inzwischen auch schon kennen, weil sie einfach zu jedem Outfit passt, wie ich finde. Und ja, die Jeansjacke ist mal von H&M gewesen, von der Kinderabteilung. Und das war dann mein Outfit. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auch heute gibt es wieder mal ein Outfit of the Day von mir. Und heute bin ich sehr sportlich unterwegs. Fangen wir oben an. Ich trage eine Kette von New Yorker. Die habt ihr jetzt auch schon öfters gesehen. Es ist diese Silberne mit so Spikes. Als Oberteil trage ich dieses Mini-Maus-T-Shirt von Primark. Vielleicht kennt ihr das noch von meinem Geschwister-Disney-Video. Naja, auf jeden Fall trage ich dieses T-Shirt. Ist sehr schön geschnitten, wie ich finde. Ich werde euch in der Infobox so etwas Ähnliches finden. Ich werde euch in der Infobox so etwas Ähnliches posten, falls ich so etwas finde. Und dazu trage ich einfach nur eine High-Waist-Hose in Schwarz. Und dann meine geliebten Vans in Rot. Also ich habe die eine Zeit lang verloren gehabt. Also dachte ich zumindest. Aber meine Mutter hat sie wieder gefunden. Und dazu trage ich einfach diesen Cardigan-Jacke von Sheenzeit. Die kennt ihr bestimmt jetzt auch schon. Aber die kann man irgendwie zu allem drüberziehen. Und dann sieht das sehr lässig aus. Und ich habe mich heute für einen Rucksack entschieden. Und den gibt es wieder. Also den habe ich von Romwe. Und ja, falls ihr euch interessiert, ich finde den sehr, sehr hübsch. Dann schaut in der Infobox vorbei. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Outfit wieder. Bye, bye. Hey meine Lieben, auch heute gibt es wieder ein Outfit of the Day von mir. Wir haben Sonntag und die Sonne scheint sehr arg draußen. Und meine Schwester und ich und mein kleiner Bruder gehen noch in die Stadt. Ein bisschen spazieren und schlendern. Und deswegen habe ich mich für so ein sehr luftiges Outfit entschieden, würde ich sagen. Und ja, fangen wir oben an. Ich trage einfach eine ärmellose Bluse in so Jeansstil-Optik. Und das habe ich selber gemacht. Also ich habe mir einfach nur solche Niken gekauft. Und dann habe ich sie hier selber befestigt. Also sehr easy. Aber das gefällt mir richtig, richtig gut. Und beim Waschen geht es nicht ab. Und es wird nicht, wie sagt man dazu, bronzig. Ihr wisst, was ich meine, so kupfermäßig. Dazu trage ich einfach eine wunderschöne rosane Chino-Hose, glaube ich. Also ich glaube, man nennt die Chino. Die ist sehr luftig, locker und trotzdem lang und es gefällt mir sehr, sehr gut. Dazu einfach meine Casio-Uhr und meine geliebten Schräppchen, die ich auch ständig trage. Weil die einfach so fris-haft sind, wie ich finde. Und ja, das ist mein Outfit für heute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Outfit wieder. Ciao! So, meine Lieben, das ist jetzt mein letztes Outfit. Und ich habe heute nichts Besonderes vor. Das ist einfach nur mein Tagesoutfit. Also ich hatte Lust drauf und deswegen habe ich es mir eingezogen. Und ja, ihr seht, es ist einfach so ein schwarzes Long-Arm-Shirt-Crop-Top. Und das habe ich einfach mit der silbernen Kette kombiniert. Und ja, drunter oder an meinen Beinen trage ich einfach eine Highway-Shorts. Die ist von H&M, die habt ihr jetzt schon öfters gesehen, glaube ich. Und die Schuhe sind auch von H&M. Das sind einfach solche Stoffschuhe in Spitze und das macht das halt alles sehr sportlich, wie ich finde. Falls mir kalt, beziehe ich mir dann diese Jacke drüber. Also es ist einfach so eine beigefarbene Jacke, die zu meinen Schuhen dann passt, damit das wieder aufgegriffen wird, die Farbe beige. Und ja, Tasche, die von Primark, wie immer, falls ich weggehen sollte. Und ja, das war mein letztes Outfit. 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 Vielen Dank.